So, neben mir steht der Thorsten Schulte, bekannt als der Silberjunge. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wir reden über die Missstände, über das Versagen dieser Regierung. Der Thorsten hat ein neues Buch geschrieben. Hier haben wir das Kontrollverlust über das Versagen unserer Kanzlerin, das Versagen unserer Regierung. Wir empfehlen dieses Buch. Thorsten, sprich zu uns. Vielleicht kennt ihr den Spruch von Karl Lagerfeld, wer Jogginghosen trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Darum geht es in diesem Buch nicht. Es geht um den Drohnenverlust von Freiheit. Es geht ums Bargeld, das bedroht ist, auch wenn ihr das vielleicht gerade nicht glaubt. Es geht um die Rechtsbrüche der Kanzlerin, es geht um den Euro und die Zukunft, es geht um Vermögenstipps. Da steht ganz, ganz viel drin. Wir sind Bild-Bestseller, wir sind in der Spiegel-Bestseller-Liste. Ich hoffe, da geht es auch noch deutlich nach vorn. Kommenden Donnerstag sind wir gespannt. Sonntag gibt es sogar eine Anzeige in der Welt am Sonntag zu dem Buch. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Vortrag zu sehen. Vielen Dank, Thorsten.